Maren macht Nägel mit Köpfen Die Leute heiraten aus vielerlei Gründen. Der Liebe wegen, für steuerliche Vorteile oder eben, um ein Haus in der Nähe von Barcelona zu erben. Letzteres hat Maren, Eva Mona Rodekirchen, vor nicht allzu langer Zeit getan. Sie hat ihren Ex-Freund Lars, Hadi Krüger, geheiratet, um an das begehrte Feriendomizil zu kommen. Dabei hätte Maren schon zweimal die Chance gehabt, aus Liebe zu heiraten. Zweimal ist Michi, Lars Pape, schon vor ihr auf die Knie gegangen und zweimal hat sie, nein, gesagt. Doch dieses Mal wird alles anders. Dieses Mal wird sie Michi einen Antrag machen. Was sie plant und wem sie davon erzählt, verrät der erste Teil der GZSZ-Wochenvorschau. Den zweiten und dritten Teil der Wochenvorschau mit Lara Dendelein findest du ebenfalls hier, einfach runterscrollen. Carlos schwebt in Lebensgefahr panisch, legt John, Felix von Jascharov, den bewusstlosen Carlos, Patrick Fernandes, auf das Sofa. Ich verstehe das einfach nicht. Er hat nur bei uns gegessen und ein Glas Champagner getrunken. Keine Ahnung. Jessica, Nina Ennsmann, lässt sich währenddessen nicht beirren und legt die Finger auf die Halsschlagader ihres Ex-Mannes. Der Puls ist bereits unter 40, stellt sie besorgt fest. Carlos, kannst du mich hören? Sie schlägt ihm mit der flachen Hand behutsam abwechselnd auf die rechte und linke Wange. Doch Carlos rührt sich nicht. Jessica merkt. Dass hier etwas nicht stimmt, ruft sofort den RTW. Beeil dich, verlangt sie von John. Was mit Carlos passiert ist, verrät der zweite Teil der GZSZ-Wochenvorschau. Zoe will Matilda auf ihre Seite ziehen. Zoe, Lara Dendelein, hat früh erkannt, dass der Weg in Gernas, Wolfgang Barrow, Herz über die Familie geht. Und wer wäre sie, wenn sie sich das nicht zunutze machen könnte? Zoe hat ihre Fähigkeiten genutzt, um einen Keil zwischen Matilda, Katharina Fächer und ihren Vater zu treiben. Und es wird Zeit dafür zu sorgen, dass diese Lücke sich niemals wieder schließt. Gerne hat sich nie für dich oder deinen Bruder interessiert. Dann flüchtet sogar seine Prinzessin bis nach Japan vor ihm und auf einmal erinnert er sich an euch? Come on! Du weißt schon, dass er dich fallen lässt, sobald Johanna wieder da ist. Giftet Zoe. Dann weißt du ja mehr als ich, versucht Matilda klar zu bleiben. Ich verstehe dich gut. Immer das Kind zweiter Klasse. Das tut weh. Ich würde ihn auch dafür bluten lassen. Wir haben dieselben Interessen, Matilda. Welche das sind, verrät der dritte Teil der Wochenvorschau. Die Untertitelung des ZDF, 2020